Hunde sind erstaunliche Gefährten, die oft ein tiefes Verständnis für die Routinen und Gewohnheiten ihrer Menschen zeigen. Aber haben Hunde auch ein Bewusstsein für die genaue Uhrzeit? Dieses faszinierende Thema zieht das Interesse vieler Hundebesitzer und Wissenschaftler an. Hunde können vielleicht nicht auf die Uhr schauen, doch ihr Zeitgefühl ist bemerkenswert präzise. Hier erfährst du, wie Hunde es schaffen, zeitlich orientiert zu sein und was das über ihre Verbindung zu uns aussagt. Nummer 1. Verhalten basierend auf Routinen. Ähnlich wie Katzen entwickeln Hunde ein tiefes Verständnis für tägliche Routinen. Wenn ein Hund jeden Tag zur gleichen Zeit Gassi geht oder gefüttert wird, passt er sein Verhalten entsprechend an. Dies zeigt, dass Hunde empfänglich für zeitbasierte Muster sind, auch wenn sie die Uhrzeit nicht im herkömmlichen Sinne verstehen. Nummer 2. Einfluss von Licht und Dunkelheit. Hunde sind, wie viele andere Lebewesen auch, empfindlich auf Veränderungen in der Lichtumgebung. Der natürliche Lichtzyklus reguliert ihren zirkadianen Rhythmus, der ihnen hilft, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden. Diese Lichtsignale beeinflussen ihr Verhalten und ihre Aktivitätsmuster. Nummer 3. Soziale Synchronisation mit Menschen. Hunde haben eine erstaunliche Fähigkeit, sich an die Lebensgewohnheiten ihrer Menschen anzupassen. Sie lernen, wann ihre Halter typischerweise aufstehen, arbeiten gehen und nach Hause kommen. Diese Anpassungsfähigkeit könnte als eine Form des Zeitbewusstseins interpretiert werden, auch wenn sie nicht direkt die Uhr ablesen. Nummer 4. Reaktion auf Körperzustände. Die inneren physiologischen Zustände eines Hundes, wie Hunger oder Energielevel, geben ihnen Hinweise auf Zeit. Zum Beispiel könnte ein Hund, der zur gewohnten Fütterungszeit Hunger verspürt, dieser Signal für die Annäherung dieser Tageszeit deuten. Und Nummer 5. Erwartung und Gedächtnis. Forschung haben gezeigt, dass Hunde die Fähigkeit haben, die Dauer des Vergehens von Zeit abzuschätzen. Sie können lernen, wie lange ihre Menschen üblicherweise weg sind und zeigen zunehmende Erregung, wenn die erwartete Rückkehrzeit näher rückt. Diese Fähigkeit, Intervalle zu erkennen und sich daran zu erinnern, deutet auf ein rudimentäres Verständnis von Zeit hin. Obwohl Hunde vielleicht kein Bewusstsein für Minuten und Stunden im menschlichen Sinne haben, ist ihr Gefühl für Routine und Rhythmus beeindruckend. Ihre Fähigkeit, zeitliche Muster zu erkennen und darauf zu reagieren, ermöglicht es ihnen, eng mit dem täglichen Leben ihrer Menschen verflochten zu sein. Möchtest du jetzt noch wissen, warum dein Hund ohne Grund bellt? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke.